herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute habe ich für euch mal ein funke knallfrosch vergleich eigentlich alle dabei die mir bekannt sind einmal die b frösche dann einmal die c frösche und dann die d frösche wir werden jetzt mit die b frösche anfangen ich werde von jedem mal zwei zünden als nächstes die c und dann die d viel spaß bei der zündung so knallfrosch späß so sehen die dann auch schöne graue lünde jetzt die zwei stück so viel nebel auf einmal waren auf jeden fall nicht schlecht da zünden wir gleich noch ein da war ziemlich kurz jetzt die funke knallfrosche c ich hoffe diesmal nicht ganz so viel nebel bei bei uns ist es ziemlich windstill leider etwas regen aber naja wir schauen mal ja vom knall her nicht schlecht und springt uns auch noch ein wenig und jetzt noch mal zum schluss 2d frösche hat der erste war einmal aus der andere da versteckt sich da war mal noch einen zünden da liegt gut auf jeden fall noch sehr schön knall